Oh, ich unglückliche Freund, weinen Sie mit mir. Was ist denn geschehen? Ich habe mein Paar Opel zu vergräumen. Alfred Geprob wird zur Zeit beim Ensemble des Austrian Actors Theaters. Nach zehn Jahren wird nun das Stück Lumpazi Vagabundus, eine Zauberposse in drei Aufzügen, von Johann Nepomuk Nestreu im Zentrum Judenburg aufgeführt. Am 12. Mai 1930 erwartet den Besucher eine klassische, mit dem fast unbekannten Originalschluss aufgeführte Inszenierung. Du bist ein Lumpenfolio. Du drehst deinen Glück mit Füßen. Im Hintergrund steht eine sehr aufwendige Produktion mit vier Bühnenbildern und stilgerechten Kostümen. Der hat Chef Vortrag. Der Punkt, Herr und Arzt. Die Handlung beschreibt das Leben von drei Handwerksgesellen, denen durch eine Machtprobe zwischen Glücksgöttin Fortuna und der Liebesfee Amorosa das große Los beschert wird. Diese Gestalt habe ich nur gewählt, um den Treiben der drei Liederlichen. Zwei der drei Burschen treten zuerst das Glück mit den Füßen und werfen es hinterher beim Fenster raus. Nein, bei der Zeit des Sinops. Doch da letztlich die wahre Liebe siegt, kann der böse, verführerische Unglücksgeist Lumpazi Vagabundus, der die Knaben befallen hat, gebannt werden und Amorosa triumphiert. Ich bin schon gebessert. Aus, vorbei. Ich weg mit den beiden. Vorverkaufskarten beim Bürgerservice und bei den Ensemblemitgliedern des Austrian Actors Theaters.